Räume hier rotieren durch. Das wird wahrscheinlich sehr schlimm. Ja. Okay, was müssen wir machen? Tomaten. Und Burger. Wir müssen Burger und Suppen machen. Boah, wisst ihr, wie ungewohnt es ist? Wenn man nicht mehr durch die... Nicht mehr durch die Gegend rutscht? Haben wir Fleisch, haben wir nicht mitgenommen, ne? Ne, das ist jetzt rechts. Okay, dann kommt mal. An. Ich hole mal noch einen Bun. Boah. Wo sind die Teller? Rechts, das ist das Problem. Ich hole sie. Das Problem ist auch, dass es in der Küche fucking klein ist, ne? Ähm. Hast du ausgeliefert? Perfekt. Talat. Freilich. So. Den... Wo ist die Suppe? Die habe ich schon ausgeliefert. Die Suppe ist ausgeliefert. Okay, dann tue ich das unter die Buns. Wo ist der Teller? Äh, wo sind die Zwiebeln noch? Der ist jetzt. Ich bin schon dabei. Boah, Herrgott, ist das eng. Er hat mich hier, die Zwiebeln, Zwiebeln. Wo ist der Teller? Rechts, äh, oben. Die Teller habe ich unter die Buns gelegt. Wo ist mein Salat? Ja, aber ich habe hier einen Bun. Der braucht... Ich habe hier einen Burger. Ich brauche eine Tomate. Ich brauche eine Tomate. Ich brauche einen Teller. Es gibt keine Teller. Warum gibt es keine Teller? Weil ich zwei... Weil als erstes zwei Burger gemacht werden müssen. Ja, ich weiß, aber wir haben den Burger fertig gemacht, ohne er es auf den Teller legt. Und jetzt haben wir Buns auf den Teller und einen fertigen Burger ohne Teller. Okay, dreht nochmal. Wir sollten die Dinge erst ganz am Schluss auf den Teller legen. Ähm... So kommen wir, dann hat es nicht hier. Space Cooking, ja. Ähm, ich habe ein Problem. Was denn? Der hat den Burger in den Topf geschmissen. Was? Warte, irgendwo ist doch ein Ausschutt. Da, tschüss. Geh weg, geh weg. So. Wo sind die Spüle? Lass mich mal durch. Ach, hier. Es gibt keine. Doch. Ja, dann lass mich auch spülen. Niemals. Boah, es war gerade noch. Gib mir den Teller. Was denn das? Kartoffeln? Ey, ich will auch noch mitspielen. Ich bin aus dem Bild. Geht euch sofort zurück. Oh Gott, Gott sei Dank. Hut ist nicht da. Jetzt machen wir mal den Progress hier. Also, du gehst darüber. Hallo. Du darfst, aber nur weil ich einen Salam... Salat haben will. Ich hab ein Bild. Ich schmeiß ihn weg. Ich spül mal. Habt ihr Salat geholt? Salat. Perfekt, Tomate. So kann ich nicht spülen. Meine Ausgabe. Warte, ich hole sie zurück. Da. So, jetzt geht was aus. Und dann holen wir den wieder zurück. Oh, Herrgott. Okay, wir brauchen einen, der Ansagen macht. Ja. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt schon gebaut haben und was nicht. Nichts. Ich brauch mal die Ausgabe. Oh, ich will Fleisch. Da bleibst du jetzt auch. Okay, time out. So, Fleisch. Da ist der Bann. Fleisch in der Banner. Kannst du gleich dann drauflegen. Also, ich will das Salat. Ja. So. Wollen wir uns so machen, dass zwei Leute für Burger zuständig sind und zwei für die Suppen? Ja. Jeder hat einen Teller und einen Ersatz. Ja, aber dann streiten wir so nur die ganze Zeit, auf was wir jetzt drehen. Ja, ist doch egal. Das wird lustig. Ich muss nur koordiniert sein. Ah, ihr habt mich wieder ausgesperrt. Ja, das passt. Ich mag alles voll Salat hier. Ist eh vorbei, Huss. Ach so, scheiße. Bei 200 gibt's den ersten Stern. Bei 300... Warte mal. Okay, zwei Leute für 200 ist auch schon kritisch. Also, Leute, passt mal auf. Also, wir haben... Die Küche ist viel zu klein, um da sinnvoll, zum Mehr zu arbeiten. Das heißt, zwei Leute sind in der Küche, arbeiten. Zwei Leute sind an dem linken und rechten Flügel und bringen die Sachen ran. Okay. Weil für mehr Leute als zwei haben wir in der Küche überhaupt nicht Platz. Und ich würde dann sagen, die Köche müssen halt... Einer macht Suppen, einer macht Burger. Einer muss schnüppeln, einer muss kochen. Und... Nee, nee, beide. Beide. Und gleichzeitig kopieren. Du brauchst einen, der Burger und einer, der Suppen macht. Außer, es ist mehr Burger. Weil, wenn du... Wenn einer schnibbelt, da kommst du nicht hinterher. Das kannst du vergessen. Sie rotieren immerhin recht schnell. Das heißt, wir können quasi, glaube ich, einfach die nacheinander abarbeiten. Quasi die beiden linken und rechter Flügel holen so... Hey, wir brauchen einen Burger an. Drehen wir das Ding ran. Schmeißen die Dinge da drin auf den Boden. Und dann drehen wir aufs nächste. Also, ich probier mal zu liefern, wenn's recht ist. Gut. Würde ich auch machen. Okay, dann liefert ihr beide, Rutz und ich, wir bleiben in der Küche. Rutz macht bereit. Das wird... Ich mach... Ich mach Burger. Also, Jamie, Suppen. Was mach ich? Suppe. Suppen. Großartig. So. Ich will Band. Ja. Bekommst du. Und Teller. Also, da zum Beispiel, wär's jetzt gut, wenn einer auf der linken Seite gewesen wär, weil da war grad Salat gewesen. Alter. Wir können schnell rotieren, das macht gar nix. Bisa, du holst Pilze, ich hol den Salat. Ich hol mal den Teller. Lass das kurz stehen. So, Teller unter meinen Burger, bitte. Oder auch nicht. Warum werden die Pilze nicht geschnibbelt von der Suppen-Crew? Weil, mir wurde gesagt, bitte hol den Pilze. Bisa, du holst... Er liefert aus. Äh, Auslieferung. Auslieferung. Auslieferung übernehmen wir mit. Okay, dann. Es gibt zwei Auslieferungen. Okay. Drei Pilze an der Nächste. Zwiebeln und Tomaten. Ja, holt beide. Gibt es wieder Auslieferung? Ja, gut, wir müssen beide zur Auslieferung nach rechts, weil es ist beides auf einer Seite. Ja. So. Einen Teller, bitte. Feierabend. Drei haben. Komm rüber. Komm, eine Tomate hätten wir noch in den Haus, oder? Die ist hier drüben. Außerdem habt ihr mich ausgesperrt. Ja, ich liefer nur kurz aus. Du kannst dann sofort wieder zurückkommen. Okay, haben wir für die nächsten... Komm rüber, komm rüber. Warte mal, seit wann müssen... Es gibt nur noch Salat. Das ist neu. Ja, ja. Oh nein, jetzt habe ich die Tomate draufgelegt auf den Teller. Schmeiße weg. Gib den Topf her, so. Popo. So, Salat. Äh, ich möchte einen Burger. Ich will einen Patty. Okay. Salat und Tomaten. Hä, wir brauchen nur Salat? Wir brauchen Patty und Fleisch. Ich glaube, ich habe eben erzählt, ja. Ich will mal das Fleisch, warte. So, dann holen wir Bisa wieder rüber und holen uns den Salat. Äh, ihr hättet zwei... Ja, wir brauchen noch einen Salat. Ja. Hä? Ja, hier. Mach. Kannst du dann ausliefern. Einmal Salat. Einmal einen... Weitag-träckigen Teller. Ja, ich brauche einen sauberen Teller gleich. Sofort. Kriegst du. Kriegst du. Bitte unter ist Patty. Okay, nächstes Ding. Nächster Burger vorbereiten. So, nächsten Burger. Ich hole schon mal einen Salat. Nimm den dreckigen Teller. Und... So, ähm... Wir brauchen Banz und Fleisch. Okay, Fleisch habe ich. Banz hast du. Mach das Schneider bitte frei. Entschuldigung. Ja, der steht da ein bisschen ungünstig. Maten. Äh, einmal nur Salat, haben einen Teller. Ja, haben wir. Mach drauf. Kann mir einer mal das drehen? Zwiebeln. Hol doch gleich den dreckigen Teller. Danke sehr. Und mal gleich Zwiebeln. Drei Zwiebeln holen. Genau. Ich habe hier einen fertigen Teller. Wir müssen gleich einmal rotieren. Ich hole schon. Warte. Jetzt kann ich hin. Ja, rotiert bitte. Danke. Okay, das nächste ist Banz und... Äh, nächstes Banz mit Fleisch. Ja, muss ich nochmal rotieren. Kommt einer zu mir. Ich kann nur Banz holen. Banz ist, lege ich schon mal auf den Teller. Ging nicht anders. Wir brauchen aber nochmal Banz und Fleisch. Das ist nicht schlimm. Komm rein. Okay, Utz, was hast du? Banz. Ich hole noch Tomaten. Ich würde gerne da was hinlegen, danke. Ist noch nicht fertig. Wir haben das Salat vergessen. Ja, es war noch nicht gut. 236, es wird besser, aber es ist noch nicht gut. Wo ist es Ding? Kurz dann in die Küche. Für noch mehr Spaß braucht man sechs Küche. Ich gehe jetzt selber was kochen. Ja, mach das. Für noch mehr Spaß und Chaos. Wollen Sie hier mitmachen? Das ist am dümmsten. Ach, ich habe... Gut. Also, wir fangen mit Zwiebeln, äh, mit Pilze an. Jeder von euch an. Ich werde einfach nur weggeprügelt hier. Ja, so wie es sich halt gehört, ne? Wir haben genug Pilze. Boah, ich fände es gut, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig pügeln. Das macht mich irgendwie... Okay, Salat und Tomate. Salat haben wir. Ich drehe mal für die Tomate. Ja. Jamie, der sagt, das ist... Es macht mich voll sad, wenn wir uns prügeln und dann blam, 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 blam. Nein, ich habe gesagt, es macht mich mehr aggressive, als es das tut. Und das sieht dann so aus. Also, ich kann den Salat schon mal ausliefern. Ja, ihr liefert kurz aus. Dann kommt er rein, weil ich brauche, äh... Ich brauche wieder einen Bun. Burger, Burger, Salat, Fleisch. Ich hole Salat. Oh Gott, wer war das? Ich. 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 Hol dir das Bun. Leg das Fleisch mal auf den Grill und hol uns wieder rein. Na gut. Ausnahmsweise ruhig, rück rein. Moment, ich hole gleich noch dreckigen Teller. Ich dreh mal wieder. Nein, ich hole den Teller. Wolltest du bitte mal das Fleisch runternehmen, Rutz? Ja, mach ich. Aber ich will die Zwiebeln. Ich würde auch gern wieder irgendwo sein, aber man kann nicht alles haben. Ich so. Okay, Leute, es funktioniert gerade völlig ohne Ansage. Soll ich das aufgefallen? Es sagt keine Antwort. Noch eine Zwiebel. Wadda, da ist die Zwiebel. Ich kann nicht. So, da waren nämlich Pülze auf meinem... Ich auch. Okay, kann mal jemand ansagen, was wir jetzt als nächstes machen, ja? Also, wir brauchen Salat und Fleisch für... Salat jetzt erstmal auf den Burger drauf. Danke. So ein Teller da. Ich nehme unsere Riefer raus. So. Hit. Danach brauchen wir Burger. Genau, nehmt schon mal Salat mit. Zu spät. Okay, zwei Fleisch, zwei Patties. So, drehen. Ein Salat holen. Der Teller ist auch drunter. Drehen. Tomaten, zwei Stück. Habe ich, das habe ich schon. Drei Tomaten noch holen. Noch eine Tomate, bitte. Noch eine Tomate. Und noch eine Tomate. Wir brauchen insgesamt vier. Burger kann raus, Nummer eins. Nämlich. Das ist der falsche Burger. Drei, dreh mal. Damien, du musst kurz mal warten. Und tut mal... Aber den Teller genau. Danke. Ich bereite den Salat vor. Macht den Burger fertig, Leute. In den Barger damit. Haben wir einen Teller? Nein, weil alle sind da drüben liegen. Ich spüle. Aber jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Und bahn, drehen. Sobald zwei Leute wieder da wären. Ist egal, wir brauchen... Das ist die falsche Ecke. Ihr lasst uns hier oben stehen und lauft dann falsch. Ich habe manchmal das Gefühl, ihr macht das mit Absicht. Nein. Okay, lasst mich bitte ansagen. Ja, bitte sage an, um Himmels Willen. Und Leute, es hat nur dann Sinn zu schlagen, wenn es nur einer von beiden eilig hat. Wenn es beide eilig haben oder in selben Job erledigen, bringt Schlagen gar nichts. Das stimmt. Weil wir in selben Boot sitzen. Meinst du? Und uns gegenseitig blockieren. Genau. Und durchschlagen macht es noch schlimmer. Also, Tomaten. Also, einmal drehen. Tomaten holen, alle drei. Lauf. Wolf, du auch. Ich mache jetzt hier den Koordinator. Ich drehe Pilze. Zwei Leute nach links. Pilze holen. Und Teller. Ich mache jetzt nur den Koordinator. Ich glaube, bewegt mich jetzt nicht. Noch einen Pilz holen. Sehr gut. Wieder zurückkommen. Zurückkommen. Danke. Bann. Nach links. Bann und Fleisch holen. Sollten wir das Zeug nicht auch in den Topf legen oder so? Das wäre eine Idee. So. Salat. Ich drehe. Einmal Salat. Nach links. Einer. Salat holen. Ne, wir brauchen zwei Salate. Noch einen Salat holen. Einer den Teller. Jetzt muss noch einer rüber. Oben. So. Ähm. Bann. Bann. Bann und Fleisch brauchen wir. Wir brauchen Salat. Haben wir Salat? Ja, der ist schon viel. Ja, der liegt ja. Ausliefern. So. Ausliefern kommt. Und dann brauchen. Dann komm ich. Ein Bann haben wir. Wir brauchen noch einen Bann. Ich drehe einmal. Nach links. Nach links. Pfannen und Fleisch holen. Ja. Rechts vielleicht auch eine Tomate holen, Rutz. Natürlich. Noch ein Fleisch holen. Ja. Zwei Fleisch. Oh. Mach dann ihr. Jetzt hast du es in den Müll geschmissen. So. Wir brauchen noch eine Tomate. Haben wir die. Ich habe hier eine Tomate liegen. Ja. Wir brauchen zwei Tomaten. Ja. Eine ist im Burger drin. Okay. Dann. Salat holen. Nach links. Ich hole erstmal Teller. Wie viel? Einmal Salat oder zweimal Salat? Dreimal Salat eigentlich sogar. Aber wir holen erstmal zweimal. Das reicht. Okay. Komm wieder rein. Salat schnippeln und auf Teller. So. Ausliefern. Weiß. Scheiße. Nein. Warum bist du da rausgegangen? Entschuldigung. Ich habe gerade nicht mitgedacht. Schieb nochmal. Ja. Ich muss erstmal warten. So. Komm wieder rein. So. Nochmal drin. Und hier jetzt Zwiebeln holen. Zwiebeln holen. Zwiebeln holen. Zwiebeln holen. Drei Zwiebeln. Sobald die da sind. Okay. So. So. Einer muss den Teller holen. Die müssen wir nämlich jetzt sauber machen. Der Burger der hier ist. Der kann nämlich direkt weg. Wenn du. Wenn ich einen sauberen Teller kriege. Moment. Moment. So. So. Wieder rein alle. Oh. Sorry. Alles gut. Weg gleich weiter. Liefer mal schnell aus. Gut. Dann sofort wieder zurück. 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 Und jetzt an Tomaten. Wir brauchen eine Tomate. Eine Tomate. Ein Teller. So. Und dann kommt wieder. Ich hole die Teller. Hier ist noch einer der nicht gespült ist. So. Mach den Tomaten. Äh. Genau. Und. Ausliefern. Und wieder zurückkommen. Zurückkommen. Danke. Und nach links geht's. Und Zwiebeln holen. Zu dritt. Ich. Oder ich geh. Warte. Alles gut. So. Ich dreh wieder. Wir brauchen. Banz und Fleisch. Auch. Äh. Warte mal. Fuck. Falsch gedreht. Nochmal. Banz und Fleisch. Links. Banz. 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 Geist mit agieren. Kann mich nicht nur auf drehen konzentrieren. Ich dachte. Es wird reichen, wenn ich mich auf drehen und ansagen konzentriert. Ja. Die Pace war noch nicht genug. Okay, das ist schwierig Ich glaube, es darf auch nicht passieren dass wir Leute wegschicken Ist nur einmal passiert, als der Wolf durch ist Das haben wir jetzt eigentlich relativ gut hinbekommen Ja, wir waren 100 drunter Das ist schon noch ein ein ordentlicher Brocken Ja, wir müssen mehr vorausschauend Arbeiten, Pilze, drei Pilze Und Bisa, nicht so viel dashen Oh, da ist keiner da So, direkt Zwiebeln mitnehmen Müssen wir ratieren für Zwiebeln links Der muss doch schneiden Nicht nur drauflegen Ja, ich dachte, es holt niemand hier Super Rotieren zum Ausliefern So, sofort zurück Und Tomaten landen rechts Ich hol schon mal Buns und Fleisch Für Für den Burger Okay, rotieren, wir liefern aus Sekunde, lass mich den Bun noch mitnehmen Oh, okay Weiß zwar nicht, was wir mit dem Pilz hier haben Aber, okay Hol mal noch einen Salat Oder ich hol einen Salat Das ist wurscht Gleich ist fertig Keller kommt drauf Ich habe einen Hänger Komm nicht weg Okay, gleich noch zwei Salate Der allein kommt Da kommt noch ein Drehschertille Holten noch So, einen zweiten Salat Wollt ihr? So Ähm, Tomaten Wo sind die Tomaten da drüben? Liefer den schon mal aus Sorry Burger und Fleisch Ah, ich wollte gerade einen Tomatensalat machen Äh, Salat machen So Einmal drehen zum Ausliefern Das war ein Salat, der eigentlich als Salat gedacht war Aber ist okay Macht nix Wir können einen neuen Salat machen Ich bringe euch einen neuen Wenn ihr vor einem geschnittenen Objekt steht Bitte legt es sofort rein Wenn es geschnitten ist Machst das Ähm, Fleisch Schneller wartet, nicht drehen Voll den Teller noch So, jetzt So, wir brauchen eine Tomate Und ich hole Fleisch Wollt gleich noch ein Fleisch Ja Und noch ein Bun Wolf, kommst du? Gut Ich hole nämlich jetzt Salat Ja Ja Leute, lasst am besten die Teller in der Spüle drinnen Ja, lasst die Weil da steht dann nämlich ein Stapel daneben Das ist gut Okay Also die einfach nur sauber machen Weil da können wir die übereinander stapeln Dann nehmen die weniger Platz weg Genau Äh, ne, da müssen noch Tomaten drauf Kann jemand drehen zum Tomaten? Oh, Tomaten Oh, der vibriert schon Oh, der vibriert schon Das wird eng Ja, deswegen Ich brauche Tomaten Ganz schnell Da sind sie Ausliefern Ausliefern, zum Ausliefern drehen Wollt's, du schmeißt das Zeug Überall hin Bloß nicht dahin Nein, sorry Ich wollte das nicht Lisa Renn Ach, ein glücklicher Kunde mehr Äh Bann Ne, Bann haben wir schon Ja, der Teller hier wäre fertig Hol noch ein Bun Noch ein Bun Noch ein Fleisch So Salat haben wir hier unten Das kann man da drauflegen Ja Von, äh Schon mal einen Salat mit Den wir direkt als Salat ausliefern können Woll mal Ne, drei Getäler gibt es auch keine da Ja, die habe ich gerade geholt Drehen Okay, rotieren und drei Zwiebeln Schaffen wir nicht mehr Ne, schaffen wir nicht mehr Dann Warte Das tut mir leid, dass ich dich jetzt aussperre Aber ich versuche noch Ja, scheiße Nein Ich habe gedacht, steht den Salat noch raus Das hätte uns auch nicht mehr geholfen Doch, nächsten Stern gibt es bei 240 Vielleicht hätte es gereicht Aber wahrscheinlich nicht Wären fünf Sekunden mehr auf der Uhr gewesen Hätten wir es geschafft Ja, aber nicht drei Sterne Aber, äh Aber gecancelt wurde diesmal keine, gell? Schon mal ganz gut Die hatten die ganze Zeit keine gecancelt Und seit wir hier sind Okay Okay, Salat 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 und Tomate Äh, ansonsten Leute nach links und rechts für die Teller Das ist zu spät Okay, machen wir wann anders Hol die Tomate So Zack Hab ich Wir müssen eh, zum Ausliefer müssen wir eh drehen Oh, schuldigung Sehr gut Kommt wieder rein Zwiebeln Nach rechts Ich gehe mich um den Burger kümmern Jo Salat, ich drehe Ja Ich wollte den dreckigen Teller Kann er den Salat holen? Danke, dass keiner den Salat holt Entschuldigung, aber ich bin gerade an der Pfanne Ich nehme den Dreckigen Teller mit Und dann wieder reinkommen bitte Ja Ich kann den ausliegen Achso, den haben wir schon ausgeliefert Den haben wir gerade ausgeliefert Äh, Tomate hole ich Verlass den Tart, dann können wir das Party drauflegen Guck mal nach dem Fleisch, das ist fertig haben wir da rein irgendjemand hat da jetzt somaten draufgelegt die nicht drauf sollten egal das ist der zweite mein übersprungen telefon rechts so wir brauchen das fleisch da noch das kauf mal für pilze ok wir sind rechts ok verdammt habe ich nicht gesehen ein fehler ok pilze sind drüben wir können drehen wenn nötig ok nicht immer daneben legen die teller zwiebeln und wieder rein ja weil ich gerade wir bekommen links rechts ist das ich schmeiße euch die zu so die tomaten schmeiße ich auch gleich mit rein ok drehen drehe ich halt selber einmal super abholen und super aus dem mitnehmen das nächstes müssen wir drehen für pilze wir haben schon pilze hier ok drehen zum ausliefern ja klar ich hole schon mal einen salat so ähm so zum fleisch ich hole die tomaten einmal eine suppe einmal normal ok hat gemacht ein bahn muss ich noch holen ja ok jetzt gleich braten äh wolf genau bringst du die anderen sachen mit nicht drehen nicht drehen nicht drehen so schneidet mal so salat da drauf kurz du guckst danach tomaten ja bin dabei tomaten einmal so einmal ist fertig moment ja 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 wir haben es geschafft was für ein erhebendes gefühl wenn ein wolf nämlich nicht immer nur das nächste gericht holt sondern gleich alles was er hat erstmal in den laden schmeißt bevor wir drehen sparen wir eine ganze menge zeit vielleicht das war nämlich das problem was wir vorher hatten hutz hat zwar immer das nächste gericht angesagt aber dann wurde halt wieder die sachen für ein gericht geholt dann wurde wieder gedreht und wieder für ein gericht geholt man hätte gleich für alles was da ist das zeug reinschmeißen können schön ist nicht falsch geschrieben und jetzt wisst hose dicke mund ein Spaghetti-Monster an einer Dachkante zu füttern, das Problem mit Meteor 1 lösen wird. Doch, doch. Oh, doch. Kausal scheinen mir das zwei verschiedene Problemen. Eure Fähigkeiten haben den nötigen Feinschliff. Eure Messer sind scharf. Nein. Ich bin zu 70% sicher, dass ihr diesmal bereit seid. Ich finde es super, dass die Teller nicht abgewaschen sind. Okay, wir haben einen Moderator. Woof! Kevin? Nein, Kevin. Ich helfe euch mit den Zutaten. Alles andere seid ihr zuständig. Okay, Kevin, der Hubschrauberhund. Wie Glück, meine Freunde. Wird uns die Zutaten wohl liefern? Wenn es der Rudelanführer ist, ist es sogar ein Alpha, Kevin. Ich finde es schön, dass die... Oh, das... So bringt er uns die Zutaten. Okay, wunderbar. Was wir denn haben? Na, das ist falsch. Tomaten. Okay, und wo Schnippel war? Da drüben. Da drüben. Ein einziges Schnippelbrett. Also, ihr müsst euch jetzt... Wir müssen uns jetzt wirklich aufteilen. Ja. Ich bin der Schnippulator. Ja, das Problem ist, wir brauchen einen Lieferanten, der hier über die Mitte liefert. Okay, drei Zwiebeln sind da. Stimmt, bewegt er sich noch gleich, oder? So, einmal den... Genau. So, einmal ausfüttern. Da gibt es Zwingtgeld, das ist ja nett. Nettes Monster. Der muss ja auch dafür bezahlen. Okay, Zwiebel zwei. Die Pirze liegen hier rum. Zwiebel drei. Ja. Kein Problem. Wolltest du nur gesagt haben. Nein. Jamie, nimm mal den Teller bitte zu dir genau. Nein, nein, nein. Wieso? Und, äh... Und, äh... Jamie, du kannst... Äh... Bisa, du darfst jetzt auch sogar dashen. Ja, wer alleine sitzt. Ja, weil da ist keiner bei dir. Krieg ich demnächst saubere Teller, bitte? Und ne Zwiebel. Zwiebel hast du. Und einen sauberen Teller hast du auch. Danke sehr. So. Ich hab ein bisschen Angst, weil ich hier auch noch ne Frizeuse... Kannst du hier... Und anderes Gedöns stehen hab. Pizza-Pack-Automat. Ja. Ja, den... Den hab ich auch noch. Ich hab auch noch Pfannen. Oh, wir machen's vielleicht hier. Ja, Bisa, du nimmst die eine Seite in, ich nehm die andere Seite in. Ich glaub, das noch besser. Golf, einmal... Dann kann ich dir nämlich auch beim Auslieb. Und einmal find'n Teller für die andere Seite. Wollt ihr den nur reinschmeißen? Alles gut. Es kommen keine neuen Bestellungen, deshalb geh' ich irgendwie davon aus, dass... Ja, das ist jetzt die letzte Bestellung und danach, äh... Äh... Ändert sich die... Äh, den Teller noch weg. Und alle, die da weg sind, bitte weggehen. Weil gleich fliegt die Plattform hoch. Okay. So viel zum Thema, bitte da weggehen. Gleich fliegt die Plattform hoch. Ach, den brauchen wir doch nicht mehr. Wär lustig, wenn ich jetzt einfach mit der neuen Torte gekommen wär. Das wär echt lustig gewesen. Burger Bun. Toll. Äh, es kommt niemand hin. Doch. Achso, warte, ich glaube, außen rum. Ähm... Gut. Ich brauch... Fleisch. Danke. Ja, gebt mir... Das muss aber geschnitten sein. Auch ich. Ähm, mach mal Salaten mit drauflegen aufs Fließband. Nein! Auf das andere. Da unten, bei mir. Oh, okay. Äh, ähm... Da sind zwei Schneidbretter. Ihr baut die zusammen. Ihr kriegt auch das Bann. Ja, ja, ich... Ich bau zusammen. Kein Problem. Schneid mal... Schneid mal das Fleisch da. Ja, sobald's kommt. Krieg ich mehr Fleisch zum Schneiden? Warte. Wir machen's so. Ah, hab ich schon. Äh, das musst du aber rüberschicken. Gerade übers Oberflüge. Da, ich komm wieder zurück. Äh, ausliefern. Ich liefere aus. Gut. Damien, du bist irgendwo auf der falschen Seite. Ich hab da noch ein Bann. Bann. Okay, äh, wo sind wir? Soll ich irgendjemand ansagen? Weil irgendwie... Ich denk auch grad nicht mal, wo wir sind. Ich brauch Salat. Wir sind jetzt... Salat kommt. Also, Jamie, du machst das Salat-Patty. Ich mach das Normale. Das Salat-Patty? Hier. Verdient euch. Hier kommt ein Teller. Hier, du machst das Salat. Ich mach wieder das Normale. Ähm, wir brauchen einen Feuerlöscher. Putz, geh mal rüber. Geh mal rüber! Leg einfach ab! Leg doch ab einfach! Folg mal den... Ist das wieder so ein Ding, wo Leute bieser anschreien, dass er abnehmen soll? Nein, ich hab zu Jamie gesagt, er soll ablegen. Und jetzt bist du auch noch auf der falschen Seite. Ich bin auf der richtigen Seite. Wo ist dein Problem? Jamie, der war schon richtig! Jamie, jeder muss auf seinen Job machen. Auf seiner Seite. So, wir brauchen Salat, Tomate und Fleisch. Wir haben die Jobs doch nicht mehr sortiert. Wir haben die Jobs... Doch! Ähm... Nein! Da, wo du eigentlich wartest! Gar nichts haben wir! Gib mal Fleisch an die Leute rüber. Und eigentlich alles. oberes, äh, Ding. Ja. Perfekt. Und wieder... Genau, perfekt. So, den einen... Das ist eh der letzte Burger. Das heißt, das eine Ding hier... Meiß ich mal weg. Hui! Aber die armen Zuschauer... Die armen... Die armen Zuschauer! Wir alle brauchen keine Brötchen mehr. Meiß weg. Ist egal. Geh runter! Ja, okay. So ist auch okay. Ein Bisa weniger. Hi, Wolf. Willst du noch das, was fertig ist? Ähm... Jamie... Liefer mal aus. Danke. Ich komme mit dir rüber. Jamie, jetzt kommen bestimmt gleich entweder Pommes oder wir müssen die Pizza machen. Mhm. Der Feuerlöscher brennt! Ich baue auf jeden Fall einen Feuerlöscher! Der Feuerlöscher brennt! Okay, Pizza. Oh, Herrgott. Und Fischenchips. Äh... Äh... Leute, ich brauche hier drüben jemanden, der schneidet. Schneidet mir mal die Kartoffel. Schauen wir mal die Pizza an. Geben wir mal, genau. Da ist der Tomate. Hier, Rutz. Ah! Danke. So ist auch okay. Dann schneide ich mir meine Kartoffeln halt selber. Jetzt bin ich hier drüben. Da bin ich aber... Na, egal. Jetzt lassen die doch stehen. Ich versuche, die Tomate draufzulegen. Ich brauche einen Fisch. Ich habe mich am... Ich bin am Fisch machen. Ich habe mich schon am... Am Spiel... ...vertan. Fisch auf den Teller. Ach, da ist denn. Du hast die... Gott... Hä? Achso, der muss zu mir. Die Fritteuse. Ich habe... Wir haben nur eine Fritteuse. Ja. Ja, hier. Oder so. Ja, wir haben zwei Pizzaöfen. Und ihr habt auch eine Fritteuse. Kümmert euch mal bitte... Okay. Irgendwie mit... Wenn die zusammen? Ja, die gehören zusammen. Das sind Fisch und Chips. Okay. Hier. Liefer mal aus. Liefer. Ähm. Äh, Käse. Da ist schon geschnitten. Na. Warte mal, Käse muss auf die andere... Oh, nein. Käse muss darüber. Gib mir mal Tomate. Na klar. Äh. Das Te... Pizza-Teig. Ähm. Nämlich, ich kann halt nichts schneiden gerade. Was brauchst du denn? Äh, eine geschnittene Kartoffel. Ah, jetzt komme ich ans Schneide-Ding ran. Passt schon. So, jetzt kann ich nicht mehr... So, was müssen wir denn jetzt noch? Ihr habt da drüben auch einen Pizzaofen. Ihr kümmert euch um Pizza. Ich kümmere mich um Fisch und Chips. Weil ihr seid zu dritt. Ist okay. Ich stelle mich vor den Pizzaofen und hole die Raulen. Tomate. Man muss uns Tomate drüber geben. So, jetzt bin ich erstmal wieder ausgesperrt. Hat der schon überhaupt was zu essen bekommen? Ja. Läuft, klar. Tomate drücken. Äh, kriegst du gleich. Äh, ist natürlich... Ja, lass es, lass es. Jamie, rette meine Frutose. Also, ich habe hier mal so zwei... Zwei Pizzas im Blanco vorgebereitet. Warte mal. Jamie, ich komme zu dir rüber. Ich lasse dich nicht allein. Hier hast du Fisch. Wir brauchen jetzt nur noch eine Pizza mit Käse und Tomaten. Hab ich schon. Warte. War schon... Äh, ich bin dann überall weg. Tschüss. Ich wette, wir haben jetzt alles. Ja. Ne, irgendwann wird noch der... Urizo down on the horizon sein. Okay, äh... Dreimal Tomate. War mir noch ein Schneidbrett irgendwo? Ja, da in der Mitte. Weiß zwar nicht, warum ich... Warum ich es jetzt gerade so mache. Die liegen hier rum. Ja, schlag mich einfach durch. Gut. Irgendwer muss die Pizza vorbereiten. Und irgendwer den Burger. Ja, äh... Ich wollte gerade die Tomate schneiden. Jamie. Okay. Warte. Egal. Oh Gott. Da unten. Käse. Warte. Ja, bitteschön. Zum Ausliefern. Äh, kümmert sich gerade irgendwer um den Burger. Sonst würde ich das gleich machen. Leg einfach hin. Oder so. Pilze. Oh, Entschuldigung. Wir brennen. Feuerlöscher. Ich mache schon mal Fisch und Chips. Kann ich nicht mich selbst als NG. Kann ich einen Teller haben? Nein. Wollen wir mal einen Teller. Okay. Das ist auch Burger. Burger. Macht ihr die Burger, ne? Ich bin gerade am Burger machen, ja. Und da unten ist jemand am Fisch und Chips machen. Ich mache Fisch und Chips gerade. Okay, dann machen wir Salat. Okay. Fisch und Chips sind fertig. Komme. Kannst du einen Teller wieder mit rübernehmen? Kurz. Dann erstmal einspülen. Dann kriegst du auch wieder einen. Weil, meins ist fast fertig. Moment, ich spüle. Den letzten Burger macht ihr gerade? Ja. Ja. Er ist fertig. Komme. Wir sollten loslegen. Ablassen, damit ich durchtaschen kann. Hat er. Con burritos, oder? Ist er zufrieden? Äh, weiß nicht. Er hat kein... Er hat kein... Beim Rosenkohl, die Bestie, sie ist satt. Schnell, in Deckung. Oh. Ja, und uns steht direkt davor. Ja, ich will auch was abbekommen. Hä, und burritos? Ich bin gerade im Aldi. Ich zeig, äh, kaufen zum Kochen, was? So, wir haben's geschafft. Das Finale war jetzt irgendwie einfach. Also, ich hab eigentlich schon erwartet, dass wir auch Burritos machen müssen. Ich fand es schade, dass wir keine Burritos machen müssen. Ich muss gestehen, ich fand das Ende jetzt echt einfach. Das war relativ easy. Vor allem, weil wir auch keinen Zeitdruck hatten. Ja, das liegt halt daran, wenn wir die anderen Level alle nur auf einen Stern gespielt hätten, wären die auch einfach gewesen. Ja, wahrscheinlich. Du bist so weit weg, Jamie, man hört dich nicht mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, wir hatten jetzt noch 45 Sekunden Zeit auf dem Zeiter. Ja, also wir waren gut. Ja. Und ich bedanke mich auch bei den Entwicklern, dass wir spielen durften. Wirklich ein schönes Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, mein Fazit ist, es ist chaotisch, es macht unheimlich viel Spaß. Und es gibt da ja auch noch Teil 2. Ja. Für noch mehr Chaos. Und es gibt noch ganz viele Spiele, die genau in die gleiche Richtung gehen. Und es gibt auch noch Teil 3. Oh, stimmt, Teil 3 gibt es ja auch. Ja. Hä, da liegt eine Bombe. Das ist der Mond. Nö. Ah, okay. Das ist der Mond. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin sehr froh, dass wir es durchgespielt haben. Ja, ich auch. Ich auch. Vor allen Dingen mit 90 Sternen. Ich habe es nicht erwartet, dass wir alles hinkriegen. Warum nicht? Ich habe es auch nicht erwartet. Weil wir es waren, die gespielt haben. Wollen wir nochmal das Schifflevel festlegen? Nein, wollen wir nicht. Nein. Das Schifflevel haben wir ja geschafft. Nein, das haben wir zu zweit geschafft. Ach so, das Schifflevel, ja. Ja. Ähm, nee. Aber mein Fazit ist, es ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Es macht Spaß. Und wenn ihr es noch nie gespielt habt, knappt euch ein paar Freunde und spielt es mal selber. Oh ja. Wenn ihr keine Freunde habt, ist das traurig. Ja, das war Teil 1. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das habe ich dann irgendwie mit dem Rest, mit dem letzten Part irgendwie zusammengeschnitten. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Wolf. Ja, die Frage ist. So Leute, wie hat euch der Part gefallen? Leider ist es mal wieder zu Ende. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und das muntere Chaoskochen geht im nächsten Video weiter. Daumen nach oben nicht vergessen, falls es euch gefallen hat. Und gerne schreiben, was ihr davon haltet. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.